Musik Was sagt das Wort von Kantrak? Du hast schon ganz kalt gemacht. Ich habe keinen Bischbist geholt, aber erstens die Säulen dort und wo wir haben. Kantrak ohne dort, wenn ich dort berät, dass es nicht wird. Das nächste, mit wem hat er zu tun, wer ist das, wo du jelit hast oder lief hast. Und nur wem, so wenn du das Barschiff, die nummer da haben, nur wem. Und woviel, das soll es alle boven sein. Und ab wie lang, und dann noch te weit. Und dann, wohn ich direkt, woviel anderes da ist. Und hier ist ein Beispiel, wo er sagt, Jelit-Kontrakt. Das heißt, am 1. Januar 2001, das ist die Dote im Bonnier, das hat passiert. Lied Präsident Bush, das ist Präsident Bush, von Präsident Fuchs, diesen Dollar, ab einem Jahr, Tom Landshype. Januar 2001, weil er das betohlen hat, mit 12% Interesse, jährlich, von seiner Tomites-Arte. Das sind 1, 2, 3, 4 allein. Dann ungen viermal machen. Und leider den Archivo nennen. Und dann hat er Frieden mit der Sache, was er tot ist. Und dann wird er betohlen, oder die Kriege betohlen, wun waag ich das dann ist. Okay, dann gehen wir wieder, nach der nächste sieht. Wo fangen wir an? Mit, an die eine Rechnung, ja. Da haben wir die Schuld, und die haben gehört, wo wir stehen. Wir fangen an, das anzuschreiben. Das ist ein Agenda-Burg. Und hier habe ich bloß ein Bild gemeldet, was in Agenda-Burg ist. Dort brücken und schriebe dort an. Alle Tage. Sommensche seien, das ist nicht mehrlich. Das kann ich nicht. Die können sich alle anderen anwarnen, aber das kann er nicht. Wurde man das nicht können, als wenn es das ein guter denkt. Das ist die Brücke. Ob das jetzt gut anwarnen, ist das was. Ich habe auch manchmal Trouble, und es ist jahrelang als sie, dass man einmal, was er nicht geschrieben hat, was er nicht an. Ich habe vergeten anzuschreiben. Und da sind verschiedene Wege, wo wir das kennen. Das kann ich unbedingt nach Agenda-Burg sein. Ich kann eine andere Wege haben. Ich habe manchmal 30 Jahre, dass ich das bloß, und ich habe alle Klinikketten, seit anhanden, was immer die Koffer hat, parts, das habe ich gemacht. Das wollte ich wissen, ich wollte wissen, was die Firma Revia, oder bei der Klinikketten, ich habe manchmal 30, in mein Restaurant zu essen. Und dann habe ich einen Stotzen, bloß, bei Geld mit der Bank und schreibe ich das an, zum Beispiel 100 Dollar. Kann ich dann auch mit 100 Dollar rücken, und schreibe ich das in meine Geld aus, und dann wird das derig werden. Und dann habe ich das, und dann habe ich das, ich habe bloß die Klinikketten. Und dann habe ich das noch besser gesagt, besonders wenn ich die Koffer sind, oder wenn ich nicht ein Knopf habe, so eine Person, die Geld nicht will haben, da würde ich die Klinikketten alle abschreiben, dass ich nicht wissen kann, wo ihr Geld habt. Wenn ich das nicht abschreiben, und ich würde sagen, wenn ich die Klinikketten in die Klinikketten will, wo ihr ganz klar gesagt, die essen nicht viel. Das erlaubt wir nicht. Aber wenn ich das abschreiben würde, dann würde ich seine Worte brauchen. Dann würde ich nicht taxieren, vielleicht eine Werte, oder eine zweite Werte. Dann würde ich vielleicht in einer fiefen Tag, das würde viel mal abschreiben, und ich habe es gut erlebt, wenn sie mal abschreiben würden, dann einmal. Ich habe es gut ein, und ich sage mal, dass wir ihn schmecken. Sie sagen, die Dame hat dort gebraucht, so viel die Hälfte, dass sie nicht geschmeckt hat. Ich sage, dann würde ich dort noch doppelt gehen, dann hätte ich gewusst, dass das dort wird. Er sagte, wie der erste Mal, wenn ich hier fahre, dann hat er vor zehn Tage, ich würde alles abschreiben. Dann sehe ich, dass ich gar nicht, dann fällt einem wie alles abschreiben. Dann kann ich das mal nicht taxieren. Dann bin ich in ein Haus gefahren, wie er gesagt, ich würde nicht mehr taxieren. Wenn es das zweite Mal schreibe, dann kann ich das nicht das erste Mal haben. Wenn ich das erste Mal habe, dann wäre ich, wenn ich das alles habe. Dann habe ich das zweite Mal nach Waren bis ich gar nicht gestorben, und ich war nicht. Wenn ich dort abschreiben und meine Mutter hat es gesagt, dass ich die Hälfte abgeschreiben habe, nein, das habe ich nicht. Dann hat er niemand mehr gekauft. Das ist eine Wörterung, wenn wir mal abschreiben, wenn ich das erste Mal habe. Das ist eine andere Wörterung. Das ist eine andere Wörterung. Das kann man direkt nicht viel abzustellen. Okay, dann gehen wir nach dem nächsten Mal hin. Das ist eine andere Wörterung. Das ist eine andere Wörterung. Wenn ich das erste Mal habe, dann kann ich das Buch nennen, wenn ich das Computer habe. Ich kann das auch nicht auf dem Computer nennen, dann kann ich das auch nicht. Wenn ich das nicht Computer habe, dann nehmen wir mit 12 Kolumnus, die kennen das in der Zeit mit 12, mit 1, mit 15, mit 18. 12, glaube ich, direkt am Anfang, wenn ich für das Ete wähle und die Sachen, so etwas, dann sind hier die Ticket. Da steht es, das Budget ist, wenn ich noch nicht mehr habe, dann habe ich kein Budget. Dann gehen wir erst hier in Januar. Da haben wir, dort soll Ete sein, 400 Paise. Wie wollen wir Dollar machen, wenn es jetzt in den Monat? 400 Dollar, 300 Dollar für Hussage, Hydrazage 200 Dollar, Telefon 100 Dollar, Gas 400, Repairs für 40 300, Fauder für die Karte und Mies 100, und Sparkasse und Torte, 1000 Dollar. Und dann ist ein Budget voll von 3,000 Dollar. 3,000 Dollar, das ist doch ganz krank, und 3,000 Dollar, das ist ein Budget. Das ist ein Budget hier. So, dann haben wir die Fiber, das war die Sohle. Da haben wir 2,530 Dollar gebraucht, und ein Budget wird 3,000. So, dann haben wir die Bestie Eweilung. Das war die Sohle, das ist 2,450. April sind die Sohle, und dann 2,290. Das steht da drauf, die waren vielleicht manchmal die Ertung nach Eweilung, weil die Sachen, die da sind oder was. Und dann schließlich, bei einer Seite, das Total hier, da haben wir 2,800 Dollar, gebraucht, 2,500 Dollar, die Hüssache, hier 3,500 Dollar, das ist ein Saasmonat zu ploen, und dann hier der Total Budget, das 18,000 in Saasmonat, wenn es 3,000 Dollar ist, das ist ein Budget, und gebraucht hier immer 15,775 in Saasmonat. Weil die Sohle sind, zu hoch, das können wir Paisers nennen, aber auch mal, das sind Sohle, die in einem Beispiel, das hat. Dann der Budget von dort wieder, da ihr das bröcke, das ist ein Saasmonat, da ihr dort mit Saas Deile, dann ist die Budget von dort wieder, die Plan, das zu bröcke, dann habe ich mit 2,47, der Monat, und da steht 3,000, so ihr habt den Besten aufgetragen. Das meint nicht, dass ihr alle habt, wenn es nicht geht. Wenn ihr einen Lohn habt, oder die Paisers öffnet, dann geht das automatisch dir an. Der Budgetplan ist bloß, wenn du ihn lehnen holen. Das ist ein Stachheit zu tun, bis sie den Traben. Ihr darf nicht unbedingt dem antworten. Aber das ist wie ihr ihn anholen, wie ihr ihn anlehnen, dass ihr ihn nicht mit einmal aufgetragen. Das ist was der Budgetplan soll sein. Dann hast du in total, was du gebrockt hast, 15,785, wenn ja 18,000, oder 18,000, wenn ja dein soll, bleibst du in 2,205 Dollar ever. Und da saß man nicht, was soll jemand in 2,000 Dollar bliebe das? Bloß nehmen Stahl dort eine Hecht, das ihr so vermeidete? Das ist was, wenn du dein Lebensstil doller Glück machen. Erstens rede ich von Rech oder Armen. Wenn die Rech sind, dann gibt es viel, wenn die Armen sind, dann gibt es wenig. Ich weiß noch was einmal zu mir, Sparen der Neut und hast dann verraten Gott. So dort system, wenn wir nicht leben, wir werden mehr Glück und leben in uns anstrahlen, wenn wir von Gott gesehen wurden, wenn wir die Schaffeln mit den Getränken schaffeln haben, und wir brauchen uns Spuren zum Leben, dort wo der Ewa blieb wird, das dürfte uns nicht nur schaffeln, wenn es nicht nur dass wir uns wieder anwenden, dass mehr Menschen nicht mehr bekommen, wenn es hier sind, dann steuern, wenn es hier einen Brief anwesend wird, dass sie verbrücken, so dass sie nur verharrlicht werden. So wenn du wie ein Budget hast, wie wir leben, den Budget machen, was du gebraucht hast. Okay, dann gehen wir an der Nächste. Das ist ein Anwesend Budget. Das ist ein Anwesend. Das ist ein Anwesend. Das ist ein Anwesend. So das ist ein Anwesend. Wenn wir das anwesend anwesend, in ein Jahr, 2000 Dollar, das wird heute noch viel oder seien? 100? 100? Аne wesend? Wenn wir die Schaffel haben, oder unter anderem verharrlicht, die Anwesend sind das, das ist ein Anwesend. das Budget wird. Und dann ist der eine, was den Plan oder was wirklich hat. Das ist ein Budget, was das Haus abgemacht hat, das ist was du wirklich hast. Das 2.400 Dollar angekriegt, das sind 100, das ist 100, das feiert diesen 200 Dollar und da steht 3.000 Dollar. So, der Budget wird 3.000, der Haus feiert diesen 200, dann bleibt er diesen 200 Euro. Und dann, der von der Ferien sieht, das sind 2.000, 200 Euro, was du da immer geholt hast. Von der Endkosten hat es gespürt und von der Endkosten hast du immer gebührt, so die bliebe 3.500 Dollar. Dort sage ich nicht, dass ein Budget einmal, dass es dort schafft. Die kostet man einmal wenige verdient haben, Meier gebrückt haben, aber ein Ding ist klar, du machst dein Leben ernst, Stahl, aber auch deine Endkosten. Was passiert? Wenn du Meier verbruchst, aus einem ist, was passiert? Wenn du Meier den Koffel rüttringst, aus der Beine ist, was passiert? Das ist nicht gehaftet, was passiert? So ein Verzeichen. Sieh, ein Lutschen daunen. Dann sei er noch, dass du wirst steuwen, nicht? Dort kriegt es auch selbstverständlich, dass wenn wir Meier verbrücken wollen, als wir verdienen daunen, dann war das irgendwo steuwen, irgendwo tröbelgeben, irgendwo stöckeren. Ich brauche manchmal das Beispiel von kleinen Kindern. Kleine Kind, wenn du die Böre hast, dass die Mama hauelt und besorgt, dass du das etenst, stopt die Lutsch an, macht das dreig. Das reicht nicht mit euch, das ist ganz normal. Das kriegst du es mit. Du kriegst du es mit einem Jungen-Abend Böe, wenn du mit Geld mit ihm alle hast, oder du sagst, dass das wahre Alla was, das hat nicht angeregt, das ist noch nicht alles. Du musst das leren. Wenn du 20 Jahre alt bist, wurde die gefordert und dreig gemacht. Nein, das stimmt nicht. Das ist ein Rüttchen Lied, ein Rüttchen Wasser. Die hat erfahrungen gemacht. Wo das macht, dann warst du, warum darf ich ihm Geld verwalten, dort lehren? Das sind so Menschen, die sind 60 Jahre alt und regt immer noch keine Hand. Ja, aber war, aber war, aber die Böre, aber die Böre, aber die Böre. Regt weiter nicht um Acker, regt weiter nicht um Ete zu kaufen. Vor allem nicht. Was ist alles? So wie du ihn auch abwassen, kriegst du die nicht um Ete zu kaufen? Ja. So, das wurde das hier. Diese 3.505 Dollar, als nicht um Leben, die erst um Meier machen. Das hat uns gesehen mit Meier machen. Das war, wie wir anwanden, wie sich das vermehrt hat. Nicht bloß dort, wie denk ich auch an, in einem Monat oder in einem Jahr haben wir immer noch ein Wetter zu machen, wenn die Böre nicht mehr zusammengefallen ist. Dann gehen wir auf die nächste Seite. Als es nicht verständlich heißt, was ich erklärt habe. Ja, das habe ich verstanden. Jetzt gehen wir auf die nächste Seite. Das ist eine Säge aus der Kernregnung. Und hier, weil ich ein Bild mache, war das, dass je wieder die Trinktöcke geht, je besser kann ich es verabschieden. Und das ist ein Bild von den Kornregnungen. Das Kornregnungen kommt von Campeche. Das stammt lange nicht mit jüngeren Regnungen hier, aber das ist ein Bild, was ich nicht tun kann. So, hier war der Bode. Also, dort war der Trinktöcke, wurde die Acker gedauert. Und dort war das, wo viel Hektar der Acker sind. wurde. Das sind 100 in 2005, 2020 in 2005, 2020 in 2007, 2020 in 2008 und 2005 in 2009. Und dort sollte es sein, dass ein Budget in dieser Account. Der Budget für 2020 in 2005 ist 100. Hier ist ein Bild, was ich heute mag, und wie ich es ans Ziel sah, und ans Leben. Ich glaube, wir sollen die Briefe zu nehmen, was ich erst sagte, was das Plan ist, und anfangen zu denken an und machen an das Ziel, wo wir wollen, wo wir wollen, wo wir wollen. Dort habe ich das Bild und wo wir wollen, wo wir wollen, wo wir wollen, wo wir wollen. 100.000 sind nicht mehr von 100.000. Ein Jahr. Einige Menschen, die gleichen von 100.000 sind nur von 100.000. Ein Jahr zu hübsen. Und da ist ein Problem, was dann ist, was viele Menschen da, die kennen dort vielleicht nach wem Geld, lieben sich vielleicht in Schofffläche ein Jahr. Und was viel muss passieren da, die da ihre Ewa sagt, verbirren. Engelsch na man management. Die sind nicht reid, management, immer sich zu holen, immer so bosig, was es dort, und dann würden sie sich gerüht, dass die über dem Amststelbewelle da werden. Aber das kommt großartig dir. Ich sage mal, dass das, wenn jemand eine schlaufe Säde vorwelle, wenn die Schwester zu hoch ist, dann fängt das an zu piepen, zu schlippen, zu regeln, und da werden nicht mehr vor. Da können alle, da können die Gruppe da sein, da können die Sehnungen durchsäne, vor der Arndt, vor alles. Aber er fängt dann zu schlippen, wenn sie da zu bosig durch das Management blieft hängen. Da müssen wir nur checken, dass wir nicht versägen in den Trab zu gehen, knapp zu gehen, wo die uitgebleiben sind. Die brauchen wir alle, die müssen wir alle leren. Und weißt wie vor das, die sind nicht sehr olden, aber die vor das wird old, bevor die jungen haben, darf die jungen Leute fehler machen und lernen. Wenn die bloß wollen durchschlafen mit dem Geld, dann schlafen die die was mit nachher, wenn ich nicht mehr Geld habe, dann muss man das anlernen. Es ist viel besser, wenn ich in der Lehre Fehler mache und verspille, dass ich bereit war, so dass ich das Bild hier aufgemacht habe. So das ist die Bursch der Lern. Und dann können wir wieder sein, weil wir diesel viel gebrückt haben, hier durch diese Jahre alle. Und das wird die Gerätschaft der Rechnung für das. Ich habe die Geschmack seine 32, 34, 34, 34, 30, 30. Hier 70. Was ist das für in 2021? Was haben wir hier getan? Ich schaffe mit Arbeiter, das ist eine Formschaffe mit Arbeiter. Und ich sage, die dieselfieler sagen, Jungs, was ist das für? Haben wir die dieselfiel geholfen in den Tank? Nein, das habe ich nicht mal gefragt. Das weiß ich nicht. Aber ich schaffe, dass ich das sage. Und weißt was? Einer lebt halbends immer, wir haben das Land durchgeräten. Das kommt ja. Nicht bloß dort, wir haben die echte Gesteine an, wir haben das. Wart in alle Hände. Dann müssen wir das ganze Land nach Hause an. Abriemen, da habe ich viel Dieselfiel verbracht. Okay. Dann kann ich die Sohle da zu gauw holen. Ich weiß nicht, warum das ist. Dann die Repair, so dass es auch viel haben, noch so hoch ist das. Well, wir haben zwei Schneider, ich muss nie das genau sagen, wenn es was wir tun haben. Auf die Steiner Stapel brücken die zwei, Baringsbrücken zwei, alle haben. Well, so soll das nicht in der Form sein. Das geht ja auch nicht. Aber wie ich glaube die 70 Dollar der Hektar, was wir an dort lang gesperrt haben mit den Steiner der Rüttritte, die wir in den nächsten 5 Jahren bekommen. So habe ich es ganz aufgeregt mit den Dollar gesperrt. Und dann hat es gesagt, dass wir einmal ein Jahr, wir haben die Hände von 7 bis Das kann so sein, was hier passiert ist. Und dort, da ist alles eingeblendet, lässt sich auch ein bisschen hängen. Ja, das ist auch ein bisschen hängen. Arbeit ist leer. Warum? Wenn Sie einen großen Traktor gekauft haben, dass ein Arbeiter braucht zum Schafen, da stehen drei Arbeiter. Das sind drei kleine Traktors. Da muss das leer. Und andere, das ist Gasoliner. Das kommt sicherlich mehr an. Da haben wir nicht drei Arbeiter. Da haben wir nicht. Und wenn Gasoliner, all das solle können, eine Rei, Dreheri, langt, das steht viel hier. Weil das letzte Jahr war langt, 100%. Und wenn es mit einer besseren Arbeiter ist, wird es langt hier. Das ist wo es dort hier ist. Der Totalkost hier, 300 Tieren ist es hier, 480 Dollar. Das ist 200 Dollar, der Hektar Dierer, 2001 bis 2008. Das Budget hier, dazu, wir haben es nur recht, wo ich mir nur recht, um das zu diesen Tieren zu schaffen. Das habe ich noch. Dann, dann gehen wir hin, oder, wo viel hat er gebt. Ton der Hektar. Hier ist direkt, das ist eine, wo ton der Hektar wir gekriegen haben. Der nächste, der Priester, Ton. Hier sagt, du hast 215 gekriegen. Hier sagt, der Kornpriest ist der Lerch. Wie Kompätsch ist ein noch schon zufrieden, der Kornpriest. Das ist fein betont. Und dann, das ist der Per Hektar, was er dann kostet hat. Dann haben wir hier die Allianz. Wir haben jetzt zwei Jahre. Und hier ist der Total annum, was wir hier haben. Und dann hier unten ist der Netto für jedes Jahr. Und der Derich schnett, der Budget ist 100.000 Dollar und nicht der Hektar, was wir netto haben für die Korn. Dann gehen wir hier und schauen. Das ist der Total und der Hektar. So, mein Budget für die kommende Jahre ist der 74.200 Dollar wird er anfangen zu planen. Wir sind in den 2000 Jahren. Der 74.000 Dollar wird er planen, was wir nächstes Jahr mit dir. Wenn es wir hoffen, dass wir werden, was nicht war. Da sage ich nicht, dass wir waren, aber da sind wir als Budget planen, das nächste Jahr, wo werden wir dort Geld anstellen. Hab ich das verstehe? Gut, dann gehen wir wieder in die nächste Sied. Hier ist ein Bild, was ich Ihnen will bringen, was das Unterschied ist. Wenn Sie nicht mehr oder höheren wollen, oder höheren wollen, und Sie gehen und liegen alles. Sie gehen voran, dass Sie schaffen, und Sie bringen das ab, die andere, was es kostet, die verdienen, was Sie nehmen. Und das habe ich in den 2000 Jahren gesagt, dass ich an der Form, was wir da schaffen, und eine andere Form, was alles an Kredit hat, muss direkt abschreiben, was die Kosten sind. Das ist die Form, die das an Kredit hat, und das ist die Form, was wir bei Geld haben. Dieselführung ist ein und das muss alles bei Geld sein. Die Perse ist auch so, dass die Sante die Feierdäule der Hektar unterscheiden. Diese Feierdäule die Sante auch nicht zu bauen, aber die die unterscheiden wird von einem eine die Zutaten von von einem Hektar und das ist ein Werden der Das die ist schön das ist Das ist das Aufschlag. Das macht einen Unterschied. Landrand kriegt so, wer das für uns betohlt hat, dieser hier, der kriegt Bilder aus dem, wer das für uns betohlt hat. Der andere ist 12 Prozent, ab dem nächsten Monat. Ich habe 25 Dollar Hektar, was das noch braucht. Dann in Genero, mit 18 Dollar Hektar getohlt, was das noch braucht, kann es als in Genero sein. Totalkost ist feier, saß, saß dich, und bei Geld ist 3,33. So, der Finanzkost ist 28,5 Prozent. Wenn die Firma etwa 12 Dollar hekt, dann nehmen sie 12 Prozent von ihrer Prise, und wenn wir bei Geld hekt, dann hekt sie von der Prise nach Aufschlag. So, in der Wirklichkeit, das ist das mehr Prozent, was das kostet, als sie sei. Dann checken wir hier, das sind 300 Hektar. Auf 300 Hektar mit die 28 Prozent kostet die 39.900 Dollar. So, wenn wir die Zahl nehmen, ja, nehmen die 12 Prozent lege nach Cash betohlen. Wenn ich sage, sie sage 12 Prozent, in der Wirklichkeit von 12 Prozent lege, dann gehen wir bei Cash, dann kriegst du 108 Dollar per Hektar Meier. Als, wenn du da in Kredit bräuchst, das kreditbräuchst, das muss 300 Hektar, wo es die 32.500 Dollar sporen. Wara tregst, was ich erst gesagt, von, was Banken lege, und wie muss die Waka sein. Die Company sage, 12 Prozent nehmen wir, dann kost sie ein Kredit haben. Das kost meine. Das sage wir hier auch. Wenn du auf 12 Prozent Geld lees und dann bei Geld Kaffs bräuchst mit 200 Hektar Hektar, du kriegst so viel Geld für deine, dann brauchst du 55.000 Dollar. So, 300 Hektar ab Kredit oder 200 Hektar ab 12 Prozent, die auf die glückgefehlte Geld in der Pfub. Gräuchte nicht. Dann brauchst du 55.000 Dollar, dann steht der Gräuchte Samen für 300 Hektar. So, vielleicht fängst du im Fremd, wird die 55.000 Dollar lieb ab 12 Prozent. Wenn die 300 Hektar was, wenn du im Fremd haben, wird die so hart hier nicht. Aber eine 70.000 Dollar lieb. Und das kostet nicht. Aber 55.000 Dollar wirst du vielleicht keine. Und im Hängerstein kriegst du für die Alten ein paar. Das ist das Schiff. Dann der nächste sage, wenn die 50 Prozent von den Verdienst wirst du sie leihen für zwei Jahre, dann darfst du überhaupt nicht mehr Geld liegen. Okay, dann gehen wir wieder in den nächsten Sied. Okay, dann gehen wir wieder in den nächsten Sied. Wie viel Geld als weis zu liehen? Als gauw zu liehen? Diese Säule, die habe ich mir in den nächsten 75, wo ich erst von vertraut, wo mein Lebensweisheit breiter wurde, da habe ich mir diese Säule ungefähr saßen. Und ich war, da sind viele finanzielle Unternehmen, die auch seien die Brücke getan. Nicht mehr aus 70 Prozent liegen für dort, was du schaffst. Zum Beispiel, wenn du was in einem Fertig- oder Traktor- oder irgendwo eine Maschinen- oder nicht mehr aus 70 Prozent liegen. Wenn du in den 10.000 Dollar denkst, was du schaffst, dann sind die 3.000 Dollar, die in einem Geld haben, fertig zu schaffst. Die Companies, die Dealers, die betrachten 0 Prozent. 0 Prozent. Das kostet die Scheibe. Das kostet die Scheibe. Das kostet die Scheibe. Das kostet die Cash- oder Traktor- oder nicht mehr. Das ist, was sie anbeutet. Ich glaube, wenn wir verhören, dass es weniger, wie es 30 Prozent hat. nicht mehr mit der Scheibeperatung anzutoten. Die ist, warum, wenn du dort ganz ärgeriert bist, wenn du Geld mitnehmen bist, und du vorstest 40 ein Jahr, dann wird es viel weniger als sie schuld haben. Dann wirst du das Vortigkehne verkaufen, lange nicht die Schuld betont. Was wäre es dann, wenn du einmal durch die Umstände möchtest du das verkaufen? Dann bleibst du liegen mit einem klampen Schuld. Er hätte nie das Vortigkehne, das sei anwesend, ob so ein weiches Tod. Wenn sie nie das Vortigkehne hätte, die erste 2 Jahre 30 Prozent drauf können. Ein Drittel vom Vortigkehne ist weich, wenn du das 2 Jahre hervor hast. Der Tollingshaar ist dann nicht gemerkt, mit dem Bursch und ihr. Nicht bloß dort, die Economy, die Amtgebung, die Prise gehen rauf mit einem. Besonders im Vortigkehne. Wenn das Land ist, dann kann man kein Geschäft machen mit einem Unterschied. Wenn die Wirtschaft im Vortigkehne sind, dass die Prise ziemlich dauernd aus der Getreutprise sind. Wenn die Getreutprise dann vor ein paar Jahren leer sind, dann wird sie in der Gesellschaft aller leer. Und ihr könnt es vielleicht nicht merken, wenn ihr dann verkaufen wollt, bleibt jemand Schuld legen. So, nach einem wichtigen Ding, glaube ich, das ganz wichtigste ist, dass die Anstrahlung wäre. Wenn du nicht Kass und Klienbeid von deinem Geld daneben kannst, als die Betreutschaft nicht so viel wert. Das ist mehr wert, wenn du was hast, um die Töne, um dort am Haft zu kriegen. Und dann hat es vor, wenn es eine Pluskost für eine Hohle ohne 1 Cent anzuholen, das hat nicht den Wert. Nummer 2, nicht mehr als 30% von deinem Geld beste Schuld haben. Zum Beispiel haben wir 100.000 Dollar. Das ist nicht mehr als 30.000 Dollar. Und wenn wir nicht mehr als 30.000 Dollar verkaufen wollen, wenn wir nicht mehr als 30.000 Dollar verkaufen wollen, dann fängt es auf die mehr als 30% von deinem Geld Schuld haben. Warum? Wenn du drei garanties hast, eine ist das, was du hast, das andere ist, andere sind 2 Cent anzuholen. Und dann ist das, dass du die garanties hast, um die Einung zu haben. Weil eine schwere Zeit gibt, eine Teuerung gibt, dass du danach in der Lage hast, um die Schuld zu haben, um die Schuld zu betolen. Nummer 3, das ist ein Unterschied, woher die Interesse. Das ist auch das, was du leidest. Ich würde sagen, wenn du das Geld hast, dann habe ich nicht so klar, dass du nur 30%. Aber wenn du das Geld hast, nicht so leicht, dann hätte ich aufgehen können. Das Geld bleibt liegen, wenn andere auch, dann hätte ich aufgehen können. Dass das auch was, ob wir nicht so viel, als die Reitschaffer oder irgendeine Dinge stattdessen. Betrag deine Einung und koste für das Geld, das alles mal sagen. Wenn du das Geld hast, wenn du das Geld hast, dann kannst du erst ausrechnen, wenn du das Geld betolen kannst für die Geld hast. Und dann kannst du wissen, wie viel du eine ist, wie viel anderen du hast, wie du deine Geld betolen kannst anstellen, damit du wirst dein Budget, dein Plan, ausfallen. Und du wirst dein Budget und du wirst dein Budget weil du hast ein Budget gemacht, dann reicht die nach dem Budget. Warum? Wenn du, weil wir auf der Staab sind, man trägt da und der Motor hier hat 2, dann sollten wir nicht nicht eine Entscheidung zu machen um die neue Träger zu kaufen. Wenn du viel zu planten und viel voort, wenn du das Geld hast, wenn du das Geld hast, und die Träger sind dann sind wir 2, wenn ich den Fächsen warte, wenn ich einen Tag und wenn ich nicht vertreibere, dann kann ich, wenn ich es plant, dann gehe ich bloß in Kopen näher und dann gehe ich so ein, als es dort dann geht, ohne eine Entscheidung, dann dann nur sitze ich dort. Das hat zwei Träger. Nun, wenn es dann um Budget reicht, wird wie der Markt hat, als wir nicht nur ein klarer Däntchen können, nicht als wir ein Problem werden, nicht als wir bei einem Ex werden, dann muss eine große Entscheidung machen. Das ist wichtig, um ein Budget zu gehen. Okay, wir gehen über die nächste Seite. Das ist ein Ding, was die Brücke da unten weiß, ob die 30% schuld hat oder nicht. Aber wie viel ihr kennt. Hier oben war die Sol, das ist bloß ein Beispiel, in Farmer wird 100 Hektar rein in den Landhaften mit 2,000 Dollar der Hektar. Sie haben 200,000 Dollar. von Jon Deere Träger und ein Fuhrt Träger und ein Fuhrt Träger und ein Fuhrt Päckap für 7,000 Dollar. John Deere Pläume für 5,000 Dollar und ein Schnied für 5,000 Dollar. Ein Kombin für 4,000 für 4,000 Dollar. Ein Gerechtigkeit für 2,000 Dollar. Die Höchstsachen haben ca. 7,000 Dollar. Ein 100 Tonnen Kornläge für 25,000 Dollar. Und dann kommt die Schuld, seht ihr hier, wie Logra, das ist eine Finanzkompagnie, das ist 22.000 Dollar Schuld. Bankommer 15.000, Agencia John Deere 19.000, Kreditkarte soll niemals eine Schuld sein, aber hier ist eine von 1.500. Tags 700, so ein Anteil, die das haben, Goudtaub, das sind 200.000 Dollar, was hier eine das, was gerade im Anvertritt hat, nicht alles. Das haben andere Menschen anvertritten, so das ist die Schuld, in dem Auftrag, dass ihr auf 221.100 Dollar, was ihr nicht kaputt lasst. Dort ist das, was Gott, die haben anvertritten, zum Schaufen, das Firma. So, da haben wir eine Goudrechnung, dann gehen wir eben nach der nächsten Seite. Okay, nach einer Lauf von dem, wo ich erkläre, wel, ich habe ungefähr den Balance, wo ihr die Zeltzelle bei einer Stärke haben. Viele Menschen, die haben zum Beispiel Traktos, 2 Traktos für 100.000 Dollar, ein Land für 100.000 Dollar. Land ist ein Fout. Das, was nicht so weit auf dem Doel geht, durch Goudgeld und eine Gerichtschaft für sich gelegt zu bleiben. Somit denken da nicht, und ich meine Sache, dass man betrachtet, dass die 200.000 Dollar kostet, wo er wäre. Aber somit haben sich nie ein Traktor, was kriegt sie das oder das Land, und haben ihm da ein Messgericht, die er stehen, und lassen ihn verrasten, wenn er wird, weil das sind Kasten. Was die Schwandermarkt büren. Land, das verrastet nicht, und verfüllt nicht, was bloß betreffend wird. So, dass es viel betreffend wird, als ich da Geldbeinne habe, als der andere ungefähr 30.000 Dollar. Die Vortragung ist, dass wir einen Pickup von 7.000 Dollar haben, mit 200.000 Dollar Land. Das ist bloß ein Bild, wo wir das Geld dort anstecken können, wo er das Wert hält. Okay, dann gehen wir nach der nächsten Zeit. Was schafft Andress im Spur? Diese Andressgeschichte werde ich nicht verbringen. Ich sehe von da an der Lage, dass ich keinem da sehe, da fehlt die Held in der Bank drauf. Andress, wenn es. Die ganze Welt Andressgeschichte, wo ich hier schon von vertalte, steht an, sage ich, nur meine Ansicht. Ich weiß nicht, ob das wäre, es würde sagen, wenn du auf 50 Jahre wirst, weil du auf ein Andress leidest. Hier sind Bilder von 40 Jahren, wo du das Andress abbüren und kostet auch keinem. Wo schafft Andress im Spur? Weil wenn du 10 Dollar ein Jahr auf Andress leidest, 10 Dollar ein Jahr, das ist nicht sehr viel für irgendjemand. Und du wirst, dass du ab 40 Jahren, also es dort dauernd, zum Beispiel von 20 Jahren fängst du an die Farmer oder die Böre, und du wirst diesen Dollar ein Jahr auf eine Sparkasse einnehmen, 40 Jahre an ein, und du kostet, wo ab so eine Städte einnehmen, wo du 12 oder so gut saßt, 10 Prozent, wo ich anderes kriege, dann wirst du 40 Jahre lang, wenn ich saß dich hier alt bin, bald im Ruhestand was gehen, dann wirst du 2.300.000 Dollar liegen. Weil du brauchst niemals zum Leben. Und wenn du 12 Prozent, jetzt haben wir 7.700.000 Dollar saß dich. Das war das, wenn wir uns beschränken, dann haben wir eine Sparkasse abbüren. Das andere Asymptome, oder auch im Spur, wenn du 1 Dollar ein Tag auf Andress leidest, vor 10 Jahren, mit 10 Prozent, dann wirst du nur 10 Jahre 1.150 Dollar haben. Wenn du ab 40 Jahren wirst, ab 10 Prozent, dann wirst du 191.000 Dollar. So, das war das, was wir sparen haben. Oh, das ist 60 Jahre, weil das ist 60 Jahre, das ist ein bisschen sehr lang. So, wie kann ich euch vorabdenken, mit knappen Trick. Dann wirst du immer eine Million Dollar haben. Dann wirst du immer eine Million Dollar haben. Dann wirst du auch eine tägliche, tägliche Tolling von 100.000 Dollar. Zum Beispiel, du teilst immer die besten 45 Jahre. Du wirst gleich von 45 Jahren 100.000 Dollar reitenlegen haben. Dann wirst du immer gewöhnen. In Israel fahren oder eine Reis machen. Oder eine Mission in der Stadt. Oder wirst du immer gewöhnen. Dann wirst du hier sein, was du mit Andress leidest. Ab 30 Jahren, dann wirst du mit 1 Dollar, wenn du 10 Prozent oder 1 Prozent, dann wirst du 1 Dollar in 20 ein Tag. Mit den Andress leidest du mit 100.000 Dollar haben. Wenn du 40 Jahre alt bist, dann wirst du 40 Cent. So, das ist bloß ein Bild, was Andress leid am Spur. Okay, dann gehen wir wieder an die 20.000 Dollar. Dann gehen wir wieder an die 20.000 Dollar. Wenn du 10 Dollar leidest, ab 12 Prozent jährlich, das kostet 10.000. Einhundert und 20 Dollar. Ab ein Jahr. So, 120 ist Andress und 10 sind dort, was du lieb hast. Wenn du monatlich tolst, deils dort mit 12, dann ist es 93, 33 der Monat. Und die tolst, ja. Und dann tolst du 21 Prozent Andress. Was sehr viele Banken daunen, die daunen so eine Andress steckt, die daunen sie uns hängen am Licht führen. Wie man die Waker sind, wird sie daunen. Die beiden auf 12 Prozent jährlich liegen. Und dann rechnen sie die Charaktis dort. Wenn du diesen Dollar leidst, mal 12 bis 120 Dollar ankosten. Und dann teilen sie dort mit 12, das ist 93, 33 der Toll. Dann reden sie, die Pferde, die das besser nicht schaffen, die hat die Tollstatt monatlich, wenn du das bloß monatlich angenommen hast. Und dann kostet die Geld lieber 12 Prozent Andress. Monatlich Toll. Das kostet die 21 Prozent. Das ist das, was sie dann schrie. Wenn es die Fahns führt und die Toll. Du brauchst das Geld nicht. Das Jahr, das ist ein Dollar. Das andere Ding, wenn du 1 Prozent im Monat holst, was hier in Mexiko fehlmaut ist, von der Rede von dem Monat, zusammen sein, kriegst du das 12 Prozent an. Und das ist nicht. Das 12 Punkte saß auch an. Das ist nicht. Das ist ein Fehl. Das ist ein Fehl. Fehlgeber nicht drauf am Andress. Wo ich dort manchmal ein, wenn wir reden von Geld in der Liege. Andress, ich Toll die 20 Prozent. 2 Prozent am Monat, die Toll ich. Ich tröne 3, wenn mir da anliegen. Ich frage, kann ich das Toll? Ja. Ja, das kann ich toll. Hast du viel zuerst? Ja. Andress? Ich Tolle das, was du hast. Die denken nicht an, was er abteilt hat. So eine Mensch habe ich. Die denken nicht an anderes Toll. Anderes ist ein Ding, was er verratzt, er hat einen Seichhorn. Okay, und nun haben wir noch das letzte Eing. Fert letzte. Nummer 27, 27. Und das ist so ein bisschen interessant, ob ich, wenn ich hier ein Bild mache, an der Sohle, ich rede jetzt von dem Danker, muss ich kontrolliert werden. Und das können fehlen, da muss ich einen Betrag nehmen. Als wir das wollen, und hier habe ich was abgestellt. Und Schädigungen im Traktor sind unerscheidlich. Hier habe ich den Budgetplan da oben. Zum Beispiel einen Traktor-Traktor. Okay, pick up Hansata oder eine Nehmachin, dann will ich vielleicht Pausen rechnen, dann steht Dollar, ob er wer will sein, ein Traktor. Der Budget ist 8000 Dollar, was von Fähigjörscherplan wirst du an dein Budget nachnehmen zum Traktor geben. Und die koste, die ich im Jahr habe, ist das für mich an, und die koste, die in diesen Dollar jeweils von Traktor, du hast noch Geld, die fehlt in 12.000 Dollar, ja, ein Betenbetre nach, wenn es für die Arbeit, was du da ist, fehlt die in Beten dir, da. Und die Jank hat auch bei 20.000 Dollar, wenn es da hat all airconditioned in Feineding Bärne, was schaffst du dann? Dann gehen wir, was hat die Wälder dann? Die Wälder, das Wälder jetzt nicht dahin, die Wälder jetzt dahin, die Wälder und dann sag ich dir, ich werde 10.000, wenn es da nicht kann, und fehle der 12.000, wobei kann das nicht, dann schafft man 10.000 Dollar, der Traktor, wann er auf 2.000 Meier ist als Budget. Wenn du über das Budget gekommen bist, so kostet das Geld Spenden. Dann der Nächste, dann ist es, wenn wir sagen, jetzt der Budget 12.000 Dollar, die kostet man auch, die fehlt den 12.000, und die Jank hat immer noch 20.000, dann geht die Wälder nur, was die kostet. Nicht unbedingt, was die fehlt, dann musst du die dort beschränken, dass du dort schaffst, was die mehr kostet. Der Nächste, als 8.000 Dollar, die kostet 12.000, die fehlt, saß, die Jank hat 20.000, dann, das ist, wenn man mit dem Jank kooperiert, vor dem Betten am, ja, wir waren 3.000, dem Jank hat, überloote, das fehlt, man saß, wo die hast du 12.000, dann kostet den Jank noch mal ein bisschen vorloote, wenn es die ganze Form, die hat dort erlaubt, dass dem Betten Meier kostet, was es wirklich fehlt. Dann der Nächste, da ist 8.000, die kostet 12, die fehlt 12, die Jank hat, mal 5, was schaffst du dann, 12, dann gehen wir nicht um Jank. Ihr habt das Zünd noch mal, wenn ein Budget sei, wie war ein Traktor, ich habe für 12.000 Dollar, und mich Jank hat mal 5, ja, sehr erfolgreich, weißt du warum? Vielleicht war ich, ich bin vor Dealer vorbei, bin Pickup Dealer vorbei, und du hast einen Fan, der sich Jank hat, so einfach lieber, Traktor bräuchig mal, drei Wege durch, Pickup kommt hier, vor, wenn du an die Scheide in der Kopf, durch die Anker, das wird das an uns, ja. Schluss und Bild, und dann gehen wir nach dem Nächste, den Budget am Doelstahler. Hier ist ein Ding, was auch gerade in der Haft, mit Rekker, und ich glaube es ist wichtig, dass wir uns und an das Plone holen, was wir hier haben, dann sind wir nicht klar denkend, in Weis, Plone können, dann sind wir wie in den Tragen. So hier sind Bild, davon, die Reitschaft, und sei die besten Farmer von Land, Schub und Feu, so lange die Reitschaft ja taubt, dort macht es die Donnerheber aus der Kasse, und dort die Akerie wieder jetzt, und hier habe ich ein Beispiel gemerkt, das sind die 85.000, die Ferienrechnung weiß 75, aber wir dauern nicht alles im Budget an, wenn es das Konzerne war, nicht so viel erreden, da steht 75.000, nämlich mal 58.000 im Budget an, und dann liegt dort an, und für das Land werden wir 30.000 spenden, und für die Reitschaft 20, sodass 50.000 von das 54.000 werden wir für die Akerie, und dann haben wir 5.000, und dann schubt 10.000. Dort ist das Pflon, und wir haben den Trägen, wo wir geäckert haben, wo wir damit geschafft haben, wo wir mit Feu, mit Feu, mit Schub gedreht haben, da haben wir damit andeilen, und dann starten wir den Trägen. Okay, dann, das nächste, das ist das so, dann fällt ein Spie, dort das Land, oder wie war er an, die Kornpriesen, alles ist aufgeplumst, Fertilizer ist knapp gegangen, und wie war er nicht dort dann entspannt, wie hat er besser wie ein Pfei, wenn es die Pfei die Trägenpriesen drauf, Pfeifaudere, Schubfaudere, die haben Fehlbilder, da fehlen mein Geld, machen wir dort. So, wenn wir dort ja bloß habschufuuts ganz direkt schmieten, alles in Schubf und Feu haben, noch in Akerinen, dann wird ganz klar sein, nee, das nicht. Check direkt, nur das ist ja direkt, was wir haben, wohaftet ihr tun, das ist ja, wenn man einmal geplumst, wenn wir nicht aufschufuuts plumpsen. Dann gehen wir hier nach das nächste, 18,000 Reitschauf in 32 Land, in das Feu und Neuen Schub, dort wird ich sage, ja, das ist das beste Wachst, ich habe. Na, das Unge steht so frohlich, dort wird weitergewechselt, von Lund, die Reitschauf, das sind 15,32 und hier 15,3. Dort wird weitergewechselt, aber wenn wir seit 30 Jahren dort Feu schub, das Böder aus der Akerie, ja, dann wird das wieder wechseln, wenn es der große Staubwotter hat. So, dort sind die Dinge, was wir hier sagen, es gibt noch nicht wie , ab Dohl, wenn du weißt, nicht wartet, nächstes Jahr wird sein. Weil das ist Anfang, das dort ist, dann das war, das war, das Film, und da hat ein paar Jahr schon Zeit, war, da war, gebalanced ist. Okay, das soviel ist das Buch redet jetzt wird ich kort nach gleich was soll ich den Namen in der Warnung zu geben Meine letzten Jahre, als ich geschafft habe eine Geldverwaltung und mit zu daunen hat, ist mir wichtig, dass die abwacht die daunen bei des Tiet und ich rede da erst ein bisschen von bei der Schwein Spurerie und so eine Dinge steht oder habe ich nicht gesehen vielleicht habe ich nichts mit gestern habe ich das hier von da hier red okay ich habe von dir und so steht ganze System in der Welt meine Antwort oder meine Rot vor das ganze Ding was dort in der Welt wird sein dort versuche die schulter auf zu treten Besonders die schuld wo ihr an Welt System einknackt sind want die Bruder von Bruder die in Amst zu den Geld verantworten das ist eine andere Sache wo ihr tot geknackt sind mit der Welt mit den Banken oder mit den Subsidios Allianz was die Regierung gebet hat die Bank die 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 gebet was goud ist für die die hinsicht wird von sehr terrore Gott mit die schuld drauf so bos ich kann ich meine nicht dass ich alles betone was dein ziel schuld free zu worden das andere denk dass ihr Lebensstandard, ihr Lebensleben darauf seid, ihr Geld nicht, sondern ihr seid darauf, dass ihr das erfordert habt. Und nicht bloß die, wenn die das tun, dann redet die andere auch davon, dass das wieder geht. Dort liegt es der Barstowach, wo wir die Ökonomie waren, keine Halbe, glatt geworden waren, dort war der Dreh geworden. Dort ist meine Antwort, meine Antwort war, wenn wir verbessert werden. Nicht bloß einmal meine Schuld machen. Das stimmt nicht, was er gesagt hat. Wenn er sich schuld gemacht hat, wenn er sich schuld gemacht hat, zum Traktor zu geben, dann wird er vielleicht 200.000 Paar gewasst. Und wenn er dem betont hat, dass er 400.000 Paar trägt, dann glaube ich nicht, dass wir ohne Schuld gehen. Sie können für meine Marken mit Schuld haben. Solange die Ökonomie es dort schon nachher geht, ja. Wenn er auf geht, dann kriegt er anders. Und das ist, was ich bedau. Ich glaube, wir sind in einer Recession. Recession. Aber ich weiß nicht mehr, aber ich recken da ab. Okay, ich glaube, das ist so weit, dass ich das bringe. Wir wollen uns nicht ganz nachher, sondern wir wollen uns. abholen. Wir wollen uns nicht gehen. Wir wollen uns nicht.